das ist natürlich schrecklich aber rock'n'roll ja wunderschönen guten hallo jetzt noch mal gleich mit dem spielfenster wunderschönen guten hallo schöne sachen schöne emotes oder wie nennt man das schöne alerts weiß ich nicht wie man das nennt wirklich in der fachsprache der streamer es geht weiter mit blackwell epiphany und wir haben eine wunderschöne savecam angelegt das werden wir jetzt laden schön super gut vielleicht mal das mikrofon ein bisschen zurecht drücken so dann kann es auch schon losgehen genau wir sind gestern oder letztes mal in diese szene hier reingekommen und haben uns hier noch gar nicht mehr sehen und das machen wir jetzt mal es ist frosted on the inside i can't see through es ist die ganze zeit hier er war nie weg so wahrscheinlich drück mal jetzt hier drauf und dann lassen wir uns nicht ein ein bisschen was mit dem feierst du machen hier ist emile haskins hallo hallo ist das emile ja das ist mir wer ist das mein name ist rosangela blackwell could i come in i'd like to ask you some questions you mean there's been progress i'm i'm not sure i'm just trying to learn what happened you're not with the police no they won't talk to me i'm hoping you will they won't talk to me either come on up es war bisher einfach yes that's me come on in i should have guessed you weren't with the police i've spoken to enough cops lately to know the difference so you said you're trying to learn what happened what exactly do you know boah soll ich jetzt echt schon alles hier oh man ey das ist so mies das ist alles scheiße ich will eigentlich alles nicht wirklich sagen aber das problem mit dem ersten ich weiß nicht wirklich ob was mit der lia passiert ist wir wissen nur sie war nicht zu hause und ähm Kendra ist tot das ja das wissen wir und weiß hoffentlich auch er äh weiß ich nicht ne und bei George Austin da sind die ja so unter Verschluss der George Austin der hat ja erstmal nichts mit dem zu tun außer dass das eventuell der neue Freund ihrer äh seiner seiner Ex-Frau anscheinend ist oder sowas ja 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 Kendra ist tot das glaub ich das so faktischste was ich hab für ihn ich weiß ich weiß dass Kendra tot ich bin sorry was nein wir wissen das nicht niemand weiß das nicht noch jemand hat sie und sie ist weg nicht tot ich natürlich ich bin sorry die Polizei vielleicht hat sie auf aber ich habe nicht sie ist da irgendwo ich weiß es ich weiß dass etwas zu Lea passiert ist is that all you know yeah I'm afraid so she's been missing for weeks that's what happened big shot police detective poof gone then our daughter so yeah something happened and nobody seems to be able to find out what ich find es raus George Austin was killed last night what George is dead you didn't know no of course not you think the police tell the ex-husband anything ex-wife and daughter go missing I'm suspect number one how did happen he was shot shot jesus i can't say i liked the guy lea dumped me for him after all but jesus i always figured he was into something shady but i thought it was more white collar insider trading or whatever but someone shooting him that's like mob stuff is that what's going on was he in the mob i don't know jesus lea some police detective you are hooking up with a mobster i don't know if that's what happened i hope not if it did i'll never forgive her you work at the wired abacus yeah real glamorous right i wouldn't know it's a job is all i can say i'm able to afford the rent on this shoebox apartment at least how well did you know george austin lea's the one who knew him they've been friends for years she talked about him sometimes what did she say well that's the thing i got the impression he was kind of a loser a loser no career living with his parents that kind of thing she felt bad for him but then we get divorced and he turns up wearing designer suits and living in a penthouse and i'm living in this shoebox is there anything else you can tell me about george no i don't want to think about him i just i just can't are you familiar with grace church me? no but leah used to go there before we were married she was really hung up on the place are you familiar with grace church? me? no she was really what did you do when leah disappeared? got grilled by the cops for three days even though there was no way i could have done it i was at work and i don't know if you've been to that store but it's got cameras everywhere but i just stood by and took the abuse just on the off chance i would say something that could help them obviously i didn't how did you find out kendra was missing? her school called the same day her mother didn't show up for work they thought she was with me i wish she was can you tell me anything about yourself? is it relevant? it could be hmm well i'm a tech nerd worked for a bunch of startups back in the late 90s now i work at a chain store moved into this place about five years ago rented it from some indian lady rent in this city is highway robbery but there's no way i'm moving further away from my little girl joa das kannst du dir jetzt nochmal überlegen jetzt war es jetzt auch oder wie oder was oder wo can you tell me anything else about yourself? tech nerd ex-husband father that's pretty much it do the police know anything? no not that they would tell me if they did how did you and leah meet? i met her about 15 years ago she was just a beat cop then i was working for a small startup trying to make it big our office got robbed and she showed up to take a statement it was love at first sight or something anyway we were married for about 10 years been divorced for about five can you tell me anything else about leah? what else can i say? great cop good mother passable wife that about covers it passable you for what? can you tell me what else can i say? great cop tell me about kendra she started to play the piano last year we didn't have to make her do it she wanted to learn that's kendra quiet but brilliant full of life marrying leah was a mistake but i'd do it all again is there anything you can tell me about kendra? anything at all? just find her and tell me she's okay i'll do my best can you tell me anything else about yourself? tech nerd are you familiar with me? she was a is there anything no ok now we have all the red option created um yeah that was depriming enough well i'll see you later emile yeah sure see you hey wait wait why are you doing this? you said you weren't with the police so why? is all is with bullshit there is much more at stake maybe i don't care about the big picture can you help her or not? yes it's what i do poor guy he's grieving and he doesn't even know it yet it never gets easier so joey go in and do something learn that thing needs a date with a needle and thread or a fireplace lots of books on accounting and business management oh and a couple of comic books a phone i think it's hard to tell these days some kind of oil painting i think i can't tell what it's supposed to be emile is in here lying on the bed and staring at the ceiling i should just leave him alone ah emile is in here i should just leave him alone that's definitely the little girl i saw i guess that hat belongs to her mother it's emile he looks least different than the sad sack we've been talking to i guess that's the date the picture was taken lee is a cop all right she must have still been a beat cop when this was taken she is a cop all right she must have still been a beat cop when this was taken that's definitely the little girl i saw i guess it's emile emile is in here i should just leave him so can we talk what is it joey why not just to be in a house poor guy he seems pretty bitter about things but it's hard to blame him yeah poor guy yeah maybe i should snoop around emiles place Siehst du, was ich sehen kann? Ich habe nie eine Familie gewesen, aber ich weiß, dass Eltern sehr touchy werden können, wenn es zu ihren Däuten geht. Also, du denkst, Emile ist irgendwie involviert? Ich weiß nicht, aber wer weiß, was ein Mann in seiner Position machen würde. Kinder. Sie sind immer die schwersten. Wirklich? Ich weiß, dass Leben und Tod nicht fair sind, aber Kinder? Ich weiß nicht, dass du einen spukfreien Pass hast. Kein Kind sollte so verloren werden, so kalt und allein. Ja. Wir müssen diesen Lea-Person anzupacken, einen Weg oder anderen. Warum würde George get so worked up over a church? Churches can be more than just a building. Für some, I guess. Fancy Uptown address? The cops being cagey? This George Austin must be a pretty big deal. A guy like that must have some enemies. Who could hate him enough to do that to him? Nobody I wanna meet. Ja, dann nochmal rein. Ach. A guy like that. A guy like that. Aw yeah. Who? Den Dialog kann ich abbrechen, aber sobald irgendwie Animationen kommen, ist es vorbei. Ich sehe nicht, was ich hier drin noch tun könnte. Wir haben versucht, alles anzupusten. Noch nicht, irgendwann kommt da was. Ich werde nur die Tür benutzen, vielen Dank. Es ist ein geflogenes Glas. Ich kann es nicht durchsehen. Dann wieder zurück zum Geisterkind und gucken, was dann passiert. Ich kann es nicht mehr da. Ich bin nicht nur... Das ist ein Haus. Ich bin nicht nur ein Haus. Ich bin nicht nur ein Haus. Hey, Kendra? Sorry, dass ich dich wieder überrasse, aber ich habe etwas, was ich dir fragen möchte. Na ja, okay. Was ist mit deinem Vater? Ist er hier drin? Nein. Er ist kürzlich. Kürzlich? Kürzlich für was? Hörst du mich? Auf Freitag fahren wir zum Abakust und dann lebe ich mit ihm bis zum Montag. Aber er ist late. Oh, ich glaube, ich komme schon nicht weiter. Ich meine, warum sollte es nicht mehr kommen? Ich glaube, ich glaube, du musst mit mir kommen. Ähm, warum? Ich werde dich zu deinem Vater nehmen. Vater? Ja, er konnte es nicht machen, also ich wurde gefragt, dich zu nehmen. Was sollte ich für Frühstück haben? Hey? Frühstück? Was sollte ich für Frühstück haben? Ich habe keine Ahnung. Hm, ich muss es trainieren. Ich kann es nicht sehen, aber es sieht aus wie ein Valentine's Day-Karte. Es ist von meinem Vater. Ich werde nicht nur... Ja, ich weiß Bescheid. Da waren wir auch schon drin. Da gab es auch nichts, ne? Ich werde nach der Rundkantein. Ich werde nach der Rundkantein. Entschuldigung. Ich werde nach der Runde begren�, danke. Oh. Ich habe nicht viel Kaffee übrig. Ich will es nicht verbrauchen. Wer den Schneemann gemacht hat, hat es schon lange gemacht. Zumindest mehrere Wochen. Ich denke, einer meiner alten Fosterhöhlen hatte einen Fahrradflug. Aber es war so lange, ich erinnere mich nicht. Und zwar nutzen können. Wir sind an. Einfach. Und der Mitarbeiter sagt nichts, sieht nichts. Es gibt viel zu viele... Ich brauche nicht, um einen Kälter zu nehmen. Ich habe gar nicht... Es sagt, kenne Joe. Ich sehe nicht, warum ich diese Noten brauche. According zu dem Label, das ist eine Schlüssel zu Lea. According zu dem Label, das sollte mich in Lea Piero. Huh, eine weitere MyPhone-Upgrade kommt in sechs Monaten. Hat eine nicht nur letzte Woche rausgekommen? Ich würde sie lieber hier verlassen. Ich brauche nicht, um Emiles' Telefon zu nutzen. Ich habe meine eigene. Lea könnte nur ein Polizistik sein, aber sie hat sicher und stabiler Geld. Sie haben nicht. Die Promotion zu Manager von der neuen Abacus ist ein guter First Step. Ich werde es für ein paar Jahre weitergehen können. Dann können wir noch mehr Künstler sein. Ja. Kontrollgate? Ja. Ja. Kontrollgate? Ja. 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 Genau. Ja. 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 Okay, ich glaube, dass ich wirklich alle Sachen Dienstleistungssoftware Ich werde das Maus benutzen, wenn ich es muss. Ich brauche nicht eine Mühle zu benutzen. Wir müssen jetzt erst einmal die Software kaufen. Mit beiden. Hi, wieder. Mhm. Do you have any copies of the Parental Eye Software? Parental Eye? Ja, wir haben viele Sachen left. Sie sind nicht sehr gut. Ich denke, es gibt viele Menschen, aber ich bin nicht zufrieden. Anyway, wir haben viele behind die Kälte. Das ist 14.99. Hast du Debit-Karten? Ja. Hier geht's. Danke. Ist da eine Art, dass ich in die Geschäftsführung in die Geschäftsführung kommen kann? Ähm, hat er dir die Möglichkeit, um dort zu gehen? Ja. Ja, er hat es. Oh, dann sollte er dir das Kode gegeben haben. Kode? Ja, für das Kabel neben der Tür. Okay. Danke. Natürlich. Haben wir alles. Hm. Sieht aus wie eine ziemlich standarde Installation. Gib mir einen Moment. Okay, es ist bereit zu gehen. Es sieht nicht aus, dass Kendra irgendwelche E-Mails auf ihrem Computer hat. Aber wenn sie irgendwelche bekommt, glaube ich, dass ich dieses Stück von Software benutzen kann, um sie zu lesen. Okay. Ja. 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 Machen wir. Ähm. Wir haben noch den Schlüssel für ihre Wohnung. Da gehen wir erstmal rein und dann googeln. Also, das war's. Das war's. Das war's. Es ist um Zeit. Ich fuhre hier. Der Maailboxen ist ein bisschen iced-over. Es ist nichts in der Maailboxen. Oh, okay. Es ist es hier. Das war's. Es ist hier, und es ist nicht aus der Kode. Oh, gut. Du fühlst, auch. Ich warst das nur für mich. Was ist es? Was ist es? Ich weiß. Was ist es? Nothing schön. Das ist sicher. das ist ein anwalt auch sind vom schrafen Es ist ja, okay. Ah, hello from the Kerala backwaters. It is hot here, but at least there are lots of cool lakes. Good thing Moti can swim. How's the weather in New York? Hope you are keeping warm. I know I am. Gebt zu mir die Urlaub an. Trollgate. Interlog in. Nein. Servers are temporarily down. Trollmail and Shadlock are still available.